Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder um das Thema Drechseln und heute will ich auch mal was Kleines ausprobieren. Normalerweise, wann immer man sich hier so ein Stück Baum nimmt oder man sich ein Stück Grundholz nimmt, spannt man das ja zwischen den Spitzen längs ein. Habe ich schon oft gemacht, funktioniert prima, aber ich finde so die Schönheit im Holz liegt oftmals im Stirnholz. Deswegen will ich mit dem heutigen Projekt mal so ein bisschen ausprobieren, ob ich das hier auch einfach quer einspannen kann und dann mir eine schöne Vase drechseln kann, in der dann das ganze Stirnholz wirklich sehr, sehr schön ersichtlich sein wird. Was für Holz benutze ich heute? Ich benutze heute Eichenholz, das ist noch über von einem vergangenen Projekt, da mache ich so einen kleinen Härtetest von meiner Kugeldrehvorrichtung. Ist noch patschnass, ist ganz gut, weil dann wird sich ein bisschen leichter drechseln lassen. Man unterschätzt glaube ich auf jeden Fall, wie schwer so ein kleines Stückchen Holz eigentlich ist. Deswegen muss ich mal schauen, dass ich es wieder gut eingespannt bekomme. So, dann nehmen wir mal es mal. Schauen erst mal, dass es einigermaßen rund läuft. Okay. Das war mal nix. Boah, das ist ganz schön beängstigend, das da. Aber mal schauen. Wenn ihr das auch mal ausprobieren möchtet, dann würde ich euch vielleicht empfehlen, je nachdem was ihr Holz benutzt, dass ihr die Rinde vorher abschabt. Ich bin mir jetzt auch noch nicht sicher, ob ich das vielleicht gleich doch noch tun werde. Ich werde es jetzt aber als erstes mal so probieren. Ich gebe jetzt ordentlich viel Druck auf den Reitstock, damit das Ganze sich nicht durchdreht. Ich halte die Maschine mal wieder ein. Ja, das ist schon ganz schön übel. Das gehen wir mal auf Drehzahl ein bisschen. Ne, ich muss es doch abspannen, ausspannen. So, Versuch Nummer 2. Ich will mir das Leben ein bisschen einfacher machen, deswegen schneide ich hier diese harten Kanten mit der Kettensäge ab. Wir haben ja ganz viele Leute ausgelacht und haben gesagt, ich würde diese Kettensäge da gar nicht benutzen, aber für eine 30-Euro-Kettensäge habe ich sie jetzt schon ganz schön oft benutzt. Und schon bald hat die Dreckswilber schon geschmissen. Ja, das ist schon mal gut. Jetzt hier noch ein bisschen. Ja, das sieht doch schon gar nicht mehr so schlecht aus. Da wir heute im Prinzip eigentlich nur Querholz drechseln werden, werden wir auch ein bisschen anderes Werkzeug benutzen. Das heißt, ich werde heute größtenteils Röhren benutzen, mit denen wir dann halt eben das Material erstmal wegdrechseln werden und dann auch die Form anarbeiten werden. Hier eine schöne kleine Information, da freue ich mich selbst schon riesig drauf. Ich erweitere derzeit das Sortiment von Drechsel-Eisen auf meiner Webseite. Deswegen, wenn du noch auf der Suche nach Drechsel-Eisen bist, mit Erklärungsvideos, was das Schärfen und das Benutzen halt auch eben angeht, dann schau doch gerne mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Wie gesagt, das wird jetzt in naher Zukunft noch ein bisschen mehr werden auf meiner Webseite. Wir gehen jetzt mal in die Drechsel-Bank und fangen mal an, das Ding rund zu machen. Wir gehen jetzt mal in die Drechsel-Eisen. 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 Ich glaube, man kann jetzt schon gut erkennen, warum mir das Ganze so gut gefällt. Wir sehen einfach die ganze Schönheit von dem Holz. Wir haben hier einmal den Kern. Hier hatten wir noch einen Ast in der Seite von unserem Stück Baum. Das ist auch immer ganz toll zu sehen, wie das Holz dann wirklich regelrecht verdrückt wird. Ein bisschen Farbspiel haben wir hier, ein bisschen Blaufäule haben wir hier. Und das gefällt mir halt einfach total gut. Als nächstes müssen wir uns überlegen, wie wir das Ganze gescheit festspannen können. Denn wir möchten das Ganze auch noch aushöhlen. Deswegen werde ich jetzt hier gleich mit einem Rezess anfangen. Und das Ganze auch noch ein bisschen. 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 Absolute Premiere, das ist für mich heute wirklich das erste Mal, dass ich so eine Art von Doseschale, wie man es nennen will, trägst will. Ich bin gespannt, ob alles so läuft, wie ich es mir bis jetzt mal noch vorstelle. Alles ist jetzt fertig eingespannt und jetzt müssen wir natürlich einen Großteil von dem Material hier innen drin erstmal wegarbeiten. Ich werde jetzt erstmal hier die Stirnseite ein bisschen frei drechseln und dann mit einem großen Forstnerbohrer erstmal einen Großteil vom Material, gerade in der Mitte, dort wo sich ja eh alles so ein bisschen langsamer dreht, wegbohren. Und dann können wir das Ganze wegdrechseln. Das ist der Forstnerbohrer, den ich jetzt benutzen werde. Da markiere ich mir jetzt mal so in etwa die Tiefe, wie weit ich halt eben gehen möchte. Ich werde erstmal nicht so tief gehen, weil ich weiß noch nicht genau, wie gut ich ganz unten auf dem Boden der Schüssel das weg gedrechselt bekomme. Deswegen werde ich erstmal schauen, wie gut es in den ersten, ja was sind das in den ersten 12 cm hier funktioniert. Und jetzt geht es mit dem Drechseleisen weiter. – – – – Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ich habe jetzt hier eine Schalenform eingedrechselt. Ich habe nicht ganz bis auf den Boden gedrechselt, weil ich halt einfach nicht tiefer reinkomme, denn mit normalem Werkzeug geht das halt irgendwann nicht mehr so wirklich, weil da keine Auflagefläche mehr hat. Es gibt spezielle Ausdrehwerkzeuge, die sind aber auch irgendwie 1,20 Meter lang. Mit denen könnte man das machen, das habe ich aber nicht. Noch nicht, wer weiß, vielleicht kommt das noch irgendwann. Auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal die Innenseite schleifen. Untertitelung. BR 2018 Ihr wisst, was jetzt kommt. Jetzt kommt das Schönste vom ganzen Projekt und zwar das Finish. Verlinke ich dir in der Videobeschreibung. Ist von mir. Von dem Typ da. Das ist vor allem speziell witzig, wenn man da so einen FaceRail darüber macht. Und zwar ziemlich genau so. Ich werde ja überlegen, dass wir so in einem Baumarkt stehen. So. Oh Mann. Jetzt geht es aber weiter. Boom. Das Projekt ist abgeschlossen und ich bin echt ziemlich, ziemlich zufrieden. Das hier war mal so ein bisschen exotischeres Drechselprojekt. Denn so viel hat man gar nicht direkt an der Drechselbank gemacht, bei einem drehenem Stück Holz, sondern auch bei einem stehenden Stück Holz mit einem Schleifgerät. Das Ganze dann klappt gemacht. Hier unten der Fuß. Der ist jetzt nicht ganz rund, aber mir gefällt das total gut. Und ich finde, das hier zeigt auch mal ganz gut, dass man an der Drechselbank nicht immer nur die klassischen Dinge machen muss, wie eine Holzschale oder irgendwie was rund gedrechseltes. Es kann auch so ein bisschen, ja, ein bisschen was Ausgefalleneres wie hier dieses Objekt sein. Schreib doch gerne mal in die Kommentare, was das hier deiner Meinung nach ist. Eine Schale ist es ja nicht irgendwie so richtig. Es ist ja eher so ein Ding. Deswegen, ich bin wie immer so ein bisschen schlecht mit den Worten, aber ansonsten, wenn du noch ein Drechselprojekt sehen möchtest, dann kann ich dir das obere Video empfehlen. Und wenn du nicht so auf Drechseln stehst oder dir was anderes ansehen möchtest, dann schau doch gerne das untere Video an. Schau doch gerne mal in die Videobeschreibung, da findest du ein paar Links. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag. Tschüss.